So, heute geht es um wiederholte Spiele. Wiederholte Spiele sind ganz einfach Spiele, die mehrfach gespielt werden. Das heißt, dasselbe Spiel, Grundspiel, dasselbe Basisspiel, Stufenspiel nennt man das auch, wird einfach mehrfach hintereinander gespielt. Und als Paradebeispiel nehmen wir mal wieder das Gefangendilemma. Bei diesem Gefangendilemma gibt es hier ein Gleichgewicht nur, das haben wir schon ermittelt, nämlich dieses hier, L1, L2, mit der etwas bescheidenen Auszahlung von 1 für beiden Spieler. Beide Spieler könnten sich besser stellen, wenn sie kooperieren würden, also R spielen, dann hätten sie eine viel höhere Auszahlung, nämlich von 4. Aber das Gleichgewicht ist nun mal sehr, sehr stabil, dadurch, dass beide Spieler eine strikt dominante Strategie haben. Nämlich die Strategie L1 oder L2, die ist strikt besser als R, egal was der andere Spieler macht, und damit recht robust. Und das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, deswegen heißt es ja auch Gefangendilemma. Jetzt würde man gerne eine Lösung finden, wie man diesem Dilemma entkommt. Und sicherlich eine Lösung wäre, unter Umständen, wenn man dieses Spiel mehrfach hintereinander spielt, mit demselben Partner. Gibt es also eine Lösung durch Wiederholung? Das ist das, was wir uns hier anschauen wollen. Denn es gibt eine gute Intuition, dass wenn man ein Spiel mehrfach spielt, dass man dann Raum hat für Dinge wie Reziprozität, Bestrafung, Belohnung und so weiter. Das heißt also, wenn der andere Spieler kooperiert, dann kann ich ihn in der nächsten Runde belohnen. Wenn er mich hintergeht und Defekt spielt, dann könnte ich ihn bestrafen und so weiter. Also man würde denken, dass das hilft. Gut, jetzt wie können wir das sagen? Wir fangen das mal ganz einfach an und überlegen, was würde passieren, wenn man das Gefangendilemma, PED steht für Priscilla's Dilemma, wenn man das zweimal spielt. Also einfach nur zweimal insgesamt. Dann ist die Auszahlung einfach, die Gesamtauszahlung ist einfach die Summe der Auszahlung aus den beiden Runden. Wir könnten das jetzt wieder abdiskutieren, brauchen wir aber nicht, weil zwei Runden ändert das nicht viel. Also einfach nur die Summe der Auszahlung aus diesen beiden Runden. Und jetzt müssen wir noch was über die Informationen wissen. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass beide Spieler nach Ende der ersten Runde erfahren, was der andere Spieler jeweils gemacht hat. Sie wissen natürlich nicht, was der andere Spieler innerhalb einer Runde macht. Es ist immer noch ein Simultanspiel. Aber nach Ende der Runde werden beide Spieler informiert über das, was der andere Spieler gespielt hat. Und dann gehen sie in die nächste Runde. So, wie sieht jetzt eine Strategie aus in so einem wiederholten Spiel? Das ist ein wenig trickreich und da muss man es genau überlegen. In der ersten Runde ist es klar, da kann man entweder links oder rechts wählen für die beiden Spieler. Das ist einfach. Allerdings in der zweiten Runde wird es etwas komplexer. Man muss ja einen Plan haben für alle Eventualitäten. Das heißt also, egal was passiert ist in der ersten Runde, man muss sich überlegen, was man in diesem Fall tun würde in der nächsten Runde. Also, wie sieht eine solche Strategie aus? Beispielhaft wäre der Spieler 1 sagt sich, ich spiele in der ersten Runde links, L1. Und dann habe ich folgenden Plan. Wenn beide Spieler rechts gespielt hätten, würde ich links spielen. Wenn beide Spieler links gespielt hätten, würde ich links spielen. Wenn ich links und der andere rechts gespielt hätte, spiele ich rechts 1, R. Und wenn ich rechts und der andere links spiele ich R. Sie sehen, das ist wieder mal so ein bisschen redundant scheinbar. Denn ich hatte ja vor, links zu spielen. Und deswegen ist die Frage, warum ich mir überhaupt diesen Fall überlegen soll, bei dem ich ja rechts gespielt habe. Aber da gilt wieder dasselbe, wie ich schon mal gesagt habe. Wir müssen für alle Eventualitäten gerüstet sein. Auch für den Fall, dass ich außersehen einen Fehler mache. Ich wollte eigentlich links wählen, habe aber rechts gewählt. Auch dann brauche ich einen Plan. Und außerdem ist es einfacher, wenn wir uns immer an dieselbe Regel halten können, in jedem Knoten oder an jeder Informationsmenge, an der ich dran bin, muss ich einen Plan haben. Und das will ich jetzt hier noch mal durch eine tatsächliche Extensivform skizzieren. Hier haben wir unser erstes Gefangendilemma. Das sieht aus wie immer. Der Spieler 1 und der Spieler 2 die handeln simultan. Und deswegen hat der Spieler 2 eine Informationsmenge. Er weiß nicht, ob der Spieler 1 links oder rechts gewählt hat. Dann ist das Spiel aber noch nicht zu Ende. Und jetzt beginnt an jedem von diesen vorigen Endknoten ein zweites Spiel. Ich habe hier nur das erste angezeichnet, nämlich dieses hier. Aber selbstverständlich muss hier und hier und hier dasselbe Spiel auch noch mal dran gehängt werden. Nur mit anderen Auszahlungen dann natürlich, weil die Auszahlungen werden bestimmt von den Aktionen, die gewählt wurden. Und die sind nicht gleich. Also hier jetzt zum Beispiel, da haben beide Spieler rechts gewählt. Das heißt, wir sind auf dem Kooperations-Track. Und jetzt kommt hier eine neue, eine neue Runde, die zweite Runde. Und wenn jetzt beide wieder kooperieren würden, dann hätten wir die maximale Auszahlung von 8 für beide Spieler. Aber wenn jetzt hier nach der ersten Runde Kooperationen beide auf links gehen, also auf defekt, dann haben sie insgesamt fünf. Einmal vier aus der ersten Runde und einmal eins aus der zweiten Runde. Und so weiter. So bekommen wir alle Auszahlungen in diesem Spiel. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie viele Teilspiele hat eigentlich dieses Spiel? Das ist ganz klar. Hier, das da ist ein Teilspiel. Und dann gibt es natürlich noch die drei anderen, die jeweils an diesen drei Knoten anfangen. Das ist jeweils ein Teilspiel. Und dann gibt es noch das Gesamtspiel. Also das sind die Teilspiele diesem Spiel. Wichtiger jetzt allerdings ist die Frage, wie wählt Spieler 1 seine Aktion? Der muss also entweder entscheiden hier, ob er links oder rechts spielt. Das wäre eine Sache. Das ist also ein Knoten, den er hat. Und dann hat er natürlich jetzt hier noch diesen Knoten und diesen und diesen und diesen. Er hat also insgesamt fünf Knoten, an denen er jeweils zwei Aktionen wählen kann. Das heißt also, unser Spieler muss für jede von diesen fünf Knoten beziehungsweise Informationsmengen, für Spieler 2, der hat hier Spieler 1, der hat hier Spieler 2 hat da eine Informationsmenge, da eine und dann nochmal an diesen drei auch noch hästen jeweils. Er hat also auch fünf Informationsmengen. Und für alle diese Informationsmengen muss sowohl Spieler 1 als auch Spieler 2 eine Aktion wählen. Das ist also das. Und das ist der Grund, warum wir unsere Strategie in dieser Form hier hinschreiben müssen. Das heißt, das ist mein Plan für die erste Informationsmenge oder Knoten. Und das sind die vier anderen Pläne für die vier anderen Eventualitäten, für die ich bereit sein muss. Das ist also, wie so eine Strategie aussieht. Und damit kann man natürlich jetzt auch überlegen, wie viele Strategien hat eigentlich der Spieler 1. Und das sind natürlich 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Also insgesamt 2 hoch 5 Strategien hat er. Denn jede von diesen kann ich miteinander kombinieren und dann habe ich insgesamt 2 hoch 5 Strategien. So, wie findet man jetzt die teilspielfähigten Gleichgewichte in diesem Spiel? Die Strategien kennen wir. Wie geht's weiter? Für ein teilspielfähiges Gleichgewicht brauchen wir ein Nash-Gleichgewicht in jedem Teilspiel. Wir haben gerade schon ermittelt, wo überall die Teilspiele sind. Die Teilspiele beginnen, die echten Teilspiele beginnen immer am Ende der ersten Runde. Im Unterschied zu unserem Stackelberg-Gleichgewicht vom letzten oder vorletzten Video ist es hier so, dass die Auszahlung, die der erste Spieler macht, keine direkte physische Entscheidung hat für die zweite Runde. Das spielt also keine Rolle. Das, was in der ersten Runde passiert ist, ist passiert. Das hat überhaupt keine Auswirkung auf die zweite Runde. In physischer Art. Also das hat keine Bewandtes. Man kann das vollkommen vergessen sozusagen, was in der ersten Runde passiert ist. Das ist wichtig. Ein wiederholtes Spiel zeichnet sich also dadurch aus, dass das Spiel 2 mal miteinander gespielt wird, ohne Änderung. Einfach genau dasselbe Spiel 2 mal. Und das ist auch hier der Fall. So, das heißt also auch, egal was ich in der ersten Runde verdient habe. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass der erste Spieler in der ersten Runde x bekommen hat und der zweite Spieler hat y bekommen. Wenn ich in der zweiten Runde bin, ist meine Gesamtauszahlung, ich habe auf jeden Fall als Spieler 1 schon mal das x sicher. Das habe ich ja aus der ersten Runde. Und in der zweiten Runde gibt es jetzt meine Gefangendilemma-Auszahlung dazu. Also 1, 5, 0 oder 4. Und dasselbe für Spieler 2. Der kriegt auf jeden Fall y. Aus der ersten Runde hat er schon. Und dazu kommt halt jetzt wieder noch die anderen Auszahlungen aus der zweiten Runde. Das heißt, mein Spiel sieht jetzt so aus. Das sind jetzt die Gesamtauszahlungen. Aber hier, das sind die Aktionen in der zweiten Runde ausschließlich. Was sollte ich tun? Nun ist klar, das x und das y, das verändert das Spiel eigentlich nicht wirklich. Wir haben gerade schon mal vorher gesehen, dass wenn man x zu jeder Auszahlung dazu addiert oder y für den anderen Spieler, dann ändert das nichts an der Spielstruktur, ändert nichts an der besten Antwortstruktur und damit auch nichts an den Nash-Gleichgewichten. Das heißt, in jedem Teilspiel ist nach wie vor links links das einzige Nash-Gleichgewicht. Da sehen Sie natürlich auch, denn links ist nach wie vor eine strikt dominante Strategie. 1 plus x ist immer mehr als x. 5 plus x ist immer mehr als 4 plus x. Also ist nach wie vor links eine strikt dominante Strategie. Und L1, L2 ist das einzige Gleichgewicht, das gespielt werden kann in jedem von diesen vier Teilspielen. Das heißt, was immer die Spieler in der ersten Runde tun, in der zweiten Runde kommt immer 1 zu 1 als Auszahlung. Jeder Spieler bekommt 1 in der zweiten Auszahlung dazu, weil sie, egal was passiert in der ersten Runde, in der zweiten Runde werden sie links spielen müssen. In der letzten Runde, es ist ja die letzte Runde, spielt man das einzige Nash-Gleichgewicht. Das heißt, wenn ich aus der Sicht der ersten Runde das sehe, spiele ich eigentlich ein Gefangendilemma, bei dem ich schon mal 1 als auch die Auszahlung 1 zu allen Auszahlungen dazu addiert hatte. Und das mache ich hier und dann bekomme ich jetzt so ein Spiel raus, das natürlich auch wieder ein Gefangendilemma ist, nämlich nur mit höheren Auszahlungen. Und hier wird es natürlich wiederum so sein, dass links links eine strikt dominante Strategie ist. 2 ist mehr als 1 und 6 ist mehr als 5. Also strikt dominante Strategie ist immerum links. Das heißt, auch in diesem modifizierten Spiel wäre links links das einzige Gleichgewicht. Das heißt, unser Teilspielffekt des Nash-Gleichgewichts sieht in jedem Fall so aus. Jeder Spieler beginnt mit links und spielt in der zweiten Runde links, egal ob links links, links rechts, rechts links oder rechts rechts in der ersten Runde gespielt wurde. Wie gesagt, das mag etwas redundant aussehen, aber für den Fall, dass doch hier einer einen Fehler macht, müssen wir das alles hinschreiben. Links wird gespielt in der ersten Runde und links wird auch in der zweiten Runde gespielt, egal was in der ersten Runde passiert wäre. Das ist also ein teilspefektes Nash-Gleichgewicht und es ist das einzige teilspefekte Nash-Gleichgewicht in diesem Spiel. Das ist also etwas bedauerlich. Das heißt, wir haben durch Wiederholung hier gar nichts gewonnen. Das Gleichgewicht in dem Einrundenspiel sieht genauso aus wie das Gleichgewicht in dem Zweirundenspiel. Vorausgesetzt, wir schauen uns jetzt hier wirklich teilspefektes Nash-Gleichgewicht an. Also, hilft uns nichts. Wiederholung, hilft also gar nichts. Ja, vielleicht reichen ja zwei Runden einfach nicht. Vielleicht bräuchten wir drei, vier, zehn Runden. Aber das gleiche Argument gilt leider immer. Es gibt immer eine letzte Runde. Wenn es zehn Runden Spiel ist, dann hat es die zehnte Runde. In der zehnten Runde gibt es kein Morgen mehr. Das heißt also, in der zehnten Runde werde ich mich einfach so verhalten, dass ich meine eigene Auszahlung maximiere. Und das bedeutet, ich spiele L. Und damit würde ich dann auch in der neunten Runde abweichen und L spielen und in der achten und so weiter. Das heißt, das Ganze per Rückwärtsinduktion funktioniert genauso wie in zwei Runden, auch in zehn. Und das gilt sogar tatsächlich für jede endlich oft wiederholte Spiel. Wenn das Stufenspiel nur ein Nash-Gleichgewicht hat, wie im Gefangenen-Elemma, dann besteht das Teilspiel für den Nash-Gleichgewicht aus der Wiederholung von diesem Nash-Gleichgewicht in jeder Runde. Ziemlich tragisch. Dazu muss ich natürlich sagen, das ist Theorie. In der Praxis, in Experimenten, stimmt das nicht so ganz. Es mag stimmen für einige Male Wiederholung, zweimal Wiederholung, dreimal Wiederholung, vielleicht auch noch. Wenn ich das Spiel aber lang genug wiederhole, zehnmal, 15mal, 20mal, dann ist das keine besonders gute Vorhersage mehr. Aber wir werden nachher sehen, warum. Das Spiel wird nämlich dann aus Sicht der Spieler, aus Sicht der Experimentalnehmer, eher so ein bisschen wie ein unendlich oft wiederholtes Spiel. Und da sieht die Sache nämlich anders aus, wie wir dann im nächsten Video sehen werden. Jetzt aber nochmal ein allgemeines Resultat über endlich wiederholte Spiele. Also erstmal müssen wir spezifizieren, was ist ein endlich oft wiederholtes Spiel. Ich schreibe jetzt hier, da wir jetzt unterscheiden sollten immer zwischen einer Strategie im Gesamtspiel und einer Strategie im Stufenspiel, nenne ich ab jetzt die Strategien im Stufenspiel einfach nur Aktionen und bezeichne sie mit AI aus der Menge Groß AI und die Strategie im Gesamtspiel mit S, wie bisher auch. Das heißt also ein wiederholtes Spiel besteht aus Strategien oder Aktionen, besser gesagt Aktionenmengen jetzt für jeden Spieler. Das ist die Aktionenmengen im Stufenspiel und natürlich Auszahlungen, die dazu gehören, klar. Und die Strategien im Gesamtspiel sind wie immer der Plan, was ich in jedem Teilspiel tun würde. Okay, was ist also ein endlich wiederholtes Spiel? G von Groß T. T ist einfach die, besteht aus der t-maligen Wiederholung des Stufenspiels G, wobei die Ergebnisse aller Vorperioden für alle Spieler beobacht sind. Also perfekte Information. Zwischenrunden, nicht innerhalb einer Runde, aber zwischen den Runden. und die Auszahlungen sind die Summe der Auszahlungen aus den Stufenspielen. Das heißt wiederum ohne Abdiskontierung. Das brauchen wir für das endlich wiederholte Spiel nicht wirklich. Beim unendlich wiederholten Spiel werden wir sehen, da geht das nicht mehr. Und jetzt kommen wir zu dem Ergebnis, was ich gerade schon für den Spezialfall des Gefangendilemmas angedeutet habe. Nämlich dieser wichtige Satz hier, hat ein Stufenspiel G ein eindeutiges Gleichgewicht. Also hat es nur ein Gleichgewicht in gemischten oder in Reihenstrategien. Es hat nur ein Gleichgewicht. Dann hat das endlich wiederholte Spiel G von T ein eindeutiges Teilspielperfekte-Nestgleichgewicht, das aus der t-fachen Wiederholung des Gleichgewichts von G besteht. Das heißt also, in jeder Runde mache ich einfach das, was ich auch im einmal wiederholten Spiel gemacht hätte. Und der Beweis ist relativ einfach durch Rückwärtsinduktion, weil es immer eine letzte Runde gibt. In dieser letzten Runde muss ich das Match-Gleichgewicht spielen, wenn es nur eins gibt. Damit auch in der vorletzten Runde und so weiter. Das heißt, die Logik bleibt genau dieselbe, die wir gerade auch schon gesehen haben in unserem Gefangendilemma. Das Ganze gilt allerdings nicht, und das ist eine wichtige Ausnahme, wenn das Stufenspiel mehrere Gleichgewichte hat. Und das haben wir uns jetzt noch nicht angeschaut. Jetzt gucken wir uns das mal an, was passiert, wenn das Stufenspiel mehrere Gleichgewichte hat. Und dazu nehmen wir als Beispiel ein Gefangendilemma mit einer neuen Strategie. Diese Strategie heißt R und diese Strategie gibt uns ein neues Gleichgewicht. Sie sehen, da ist jetzt noch zusätzlich ein Gleichgewicht mit einer schönen Auszahlung von 3 rausgekommen. Also R hat 0, 0, aber dann hier 3 und damit haben beide Spieler hier eine beste Antwort aufeinander. Also R, R ist ein zweites Match-Gleichgewicht. Es gibt nach wie vor das schlechte Gleichgewicht links-links mit einer Auszahlung von 1. Das ist immer noch ein Gleichgewicht, aber R ist ein neues Gleichgewicht. Und natürlich könnten wir jetzt in unserem wiederholten Spiel, also wenn wir es jetzt zweimal spielen, dieses Spiel, könnten wir natürlich die ganze Zeit R spielen. Das ist aber nicht interessant, denn wenn wir die ganze Zeit R spielen, ja, da ist jetzt nichts zu überraschen, was dabei ist. Die Frage ist, gibt es irgendeine Gleichgewichtskonstellation im wiederholten Spiel, bei der jemals auch M gespielt wird und dann diese maximale Auszahlung von 4 hier rauskommt? Gibt es die irgendwann? Und tatsächlich gibt es ein Teilspieffekt des Gleichgewicht, bei dem zumindest in der ersten Runde die hohe Auszahlung von 4, 4 erreicht wird. Und wie kann man das machen? Ich schreibe einfach mal die Strategien hin, die das Ganze ermöglichen. Also in der ersten Runde spielen beide Spieler tatsächlich M. Das heißt, sie bekommen beide in der ersten Runde, wenn sie sich an diese Gleichgewichtsstrategie halten, bekommen sie jeweils 4. Und dann verabreden sie sozusagen in der zweiten Runde das gute Gleichgewicht zu spielen, das ihnen ja 3-3 liefert, wenn in der ersten, das ist das gute Gleichgewicht, wenn in der ersten Runde beide sich an ihre Absprache gehalten haben und M gespielt haben. Und wenn sie das nicht gemacht haben, wird quasi bestraft, indem beide dann die Strategie links spielen. Ist das eine glaubwürdige Drohung? Das ist eine glaubwürdige Drohung, weil links zu spielen, wenn ich erwarte, dass der andere links spielt, ist tatsächlich eine beste Antwort. Denn es ist ja ein Nash-Gleichgewicht. Wenn ich also befürchten muss, dass, weil irgendwas schief gelaufen ist, wir haben in der ersten Runde nicht uns auf M1, M2 verabredet, oder es hat nicht geklappt, dann muss ich befürchten, dass der andere Spieler in der nächsten Runde L spielt. Und in diesem Fall wäre L für mich auch eine beste Antwort. Also insofern ist das tatsächlich ein teilspielfähiges Gleichgewicht, weil auch in der zweiten Runde in diesem Teilspiel ein Nash-Gleichgewicht gewählt wird. Da ja L1, L2 ein Nash-Gleichgewicht ist. Und warum funktioniert das ganze Gleichgewicht? Warum weichen die Spieler nicht davon ab? Ganz einfach, wenn einer sich überlegt, soll ich denn abweichen von M? Naja, ich kann ja abweichen, dann überlege ich, hm, wenn der andere M, ne mal anders spielt, M2, hm, könnte ich abweichen und von 4 auf 5 mich verbessern. Das heißt aber, durch eine Abweichung kriege ich maximal 1 mehr. Und das Problem ist, wenn ich jetzt hier abweiche und 1 mehr bekomme, werde ich in der nächsten Runde bestraft werden. Dadurch, dass wir anstatt 3-3 zu spielen, bekomme ich 1-1. Also bekomme ich in der nächsten Runde eine Strafe quasi von 2 und das lohnt sich nicht. Ja, weil meine Abweichung mir nur 1 eingebracht hat, aber in der zweiten Runde würde ich 2 verlieren. Das heißt also, hier ist tatsächlich diese Gleichgewichtskunktion erfolgreich. Ich würde mich durch eine Abweichung nicht besser stellen. Keiner der beiden Spieler. Und damit würden sie in der ersten Runde sich an die Regel halten und M1, M2 spielen. In der zweiten Runde kann ich sowieso nicht abweichen, weil wenn ich erwarte, dass der andere das bestimmte Gleichgewicht, das verabredete Gleichgewicht spielt, R1 oder R1, R2 oder L1, R2, je nachdem was passiert ist, kann ich nicht abweichen. Weil wenn ich abweichen würde, kann ich mich nur schlechter stellen, denn das ist ja schließlich ein Netz-Gleichgewicht. Jetzt kann man natürlich sagen, warum sollten die sich gegenseitig bestrafen mit 1,1? 3,3 für beide ist doch besser. Das stimmt, aber wenn ich erwarte, dass der andere links spielt, dann ist nun mal meine beste Antwort auch links zu spielen. Und da kann ich nichts machen. Ich kann nicht sagen, aber 3,3 wäre besser für uns beide. Wenn ich erwarte, der andere will mich bestrafen, dann werde ich am besten mit ebenfalls links reagieren. So, im nächsten Kapitel schauen wir uns dann unendlich auf wiederholte Spiele an. Bis dann.